Oh, komm mit ihm! Sie werden mir fehlen, Major. Aber diesmal bleiben Sie tot. Sie kennen die Spielregeln anscheinend nicht mehr. Wem erzählen Sie das? Vor acht Jahren stand der Typ auf der Abschussliste. Budgetkürzungen, Süße! Der Kongress hat uns in Übersee den Hahn abgedreht. Ich war gezwungen, auf alle Augen und Ohren zurückzugreifen, die ich finden konnte. Da rekrutiert man halt auch einmal einen bösen Buben wie den hier. Budgetkürzungen. Es geht also darum, ja? Operation Flitterwochen. Verflucht! Ihr seid nur scharf auf das Geld. Was soll der Quatsch? 1993. Der World Trade Center Bombenanschlag. Sie wissen. Während der Gerichtsverhandlung behauptete, einer der Bombenleger, die CIA, hätte davon gewusst. Ja, der Diplomat, der den Terroristen die Visa ausgestellt hatte, war von uns. Es ist nicht undenkbar, dass die den Bombenleger den Weg ebneten, um so eine Budgeterhöhung rauszuschlagen. Ihr wollt mir erzählen, dass ihr ein Terrorattentat vortäuscht, nur um Geld aus dem Kongress rauszuleiern? Bedauerlicherweise, Mr. Hennessey, habe ich keine Ahnung, wie man den Tod von 4000 Menschen vortäuscht. Also werden wir sie einfach alle töten müssen. Um es dann natürlich den Moslems in die Schuhe zu schieben. Und dann bekomme ich meine Mittel. Gute Nacht, Süße.